Das Wunderland ist ja, wie der Name schon sagt, ein wunderbarer Ort. Und in der Unterzeile erklärt sich das Konzept eigentlich schon relativ klar, nämlich wir sind ein Salontheater und ein Kunstcafé. Und neben dem kulinarischen, neben den Genüssen, die der Gaumen hier erfahren darf, mit handgemachten Torten und allen wunderbaren Dingen, gibt es eben auch Genüsse für die Seele, für die Persönlichkeit, für die Begegnung. Bei uns werden alle märchenhaften Wünsche, die man sich so vorstellen kann, werden zur Realität, auch in kulinarischer Hinsicht. Das heißt, man kann hier hausgemachte Torten und Kuchen verzehren, alle liebevoll zubereitet natürlich. Man kann individuell hier feiern, eine Hochzeit, eine Taufe, eine Firmenfeier ist hier möglich. Alles eben auch entsprechend kulinarisch ausgestattet, nach Wunsch sozusagen. Willen M등 Untertitelung des ZDF, 2020